So, Ehre. Ja. Aua! Oh, ich hab dich... Aua! Hey, hier kommt die ganze Zeit... Aua, aua... Aua, aua... Ehre. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zurück zu Ark. Arsch. Mit Max. Nee, gar nicht. Und Kalli. Ähm, letztes Mal haben wir ja so ein bisschen hier an der Base rumgetüftelt. Max hatte ja den krassesten Enthusiasmus, wollte noch was machen. Ich würde aber sagen, hat sich rein optisch erstmal schon mal genug getan. Und wir haben hier die kleine Rampe, die man hier sieht, dass man hier auch nochmal hochlatschen kann. Übrigens, die kleine Podcast-Folge kam sehr gut an. Ja, geil. Ich glaube, wenn wir bauen generell, wenn wir was aufbauen... Lama mal. Lama einfach so ein bisschen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Außerdem wollte ich abstimmen lassen, ob wir mal streamen. Ich hab das jetzt nochmal mit dem Hanno abgespackt... Äh, abgeschnackt. Wir werden das mal machen. Das wird dann allerdings auf Twitch sein, beziehungsweise auch bei Hand of Blood auf dem Kanal. Werden wir euch dann noch die Infos geben und dann löp der Lachs, würde ich sagen. Heute machen wir das, was wir bei der vorletzten Abstimmung dann natürlich runtergevotet haben, beziehungsweise nicht so stark gevotet haben. Alter, das hat wehgetragen. Ehre. Wir werden den zweiten Agentar besorgen. Wir werden es ihm besorgen. Wir werden es ihm ordentlich besorgen. Einfach deswegen auch... Ehre. Weil wir einen brauchen, Alter. Zum Züchten, Schillernereienbuttern. Ja, was haben wir denn eigentlich? Ist deiner männlich oder weiblich? Ja, Falko ist männlich. Stimmt. Wir haben hier noch 85 Narcos. Wir haben noch 54 Pfeile in meinem Inventar. Hast du auch noch was? Ach ja, stimmt. Wir müssen mal eine Lagebesprechung machen. Also. Dein Falko ist ein richtiger Kampfbulle, ne? Ja. Wenn der da den Lörris in die Olga steckt, dann kommen da auch richtig geile Eier bei raus, oder? Ehre. Oder? Hat er recht? Hat das eine Auswirkung auf das Spiel? Wenn er potent ist? Ja. Gut. Wir werden also jetzt vielleicht wahrscheinlich in die Höhle, also in die Region fliegen, wo du warst, oder? Ja, würde ich auch vorstellen. Und ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein Glas mit Wasser machen, damit ich hier nicht mehr rumheule. Alter, das mache ich mir auch. Weil das war ja so anstrengend. Ja. Ich meine, die ganze Folge versaut. Ich meine, für euch war es belohnt. Sagen wir ehrlich. War witzig. War meiner Meinung nach eine legendäre Folge. War? Das ist aber irgendwie immer nur dann der Fall, wenn ich scheiße... Wenn du reinkeckst. Wenn du reinkeckst. Ehre, 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 Ehre. Hier kommen Skorpion. Ah, die Rampe ist hier echt belohnt gebaut. Wer hat die gebaut? Ihrem Bruder Blatt. Ist das eigentlich geil, wenn man dich so lobt? Ist das so ein geiles Gefühl? Oder wenn du dich selber lobst? Kriegst du dann so einen kleinen Ständer? Schon, ja. Geil. Geil. So, wir brauchen Stein. So. Stein. So. Stein! Wir haben doch Steine! Wie geht es eigentlich mit deinem PC? Willst du mich da mal updaten? Also, äh... Hast du das der Müller-Video gesehen? Ja, klar. Ich meine, ich habe dir auch alles privat nochmal erzählt. Ja, war gut. Frustrierend, hoch 10. Aber... Und jetzt... Du bist halt auch selber schuld. Das stimmt, weil... Ich mir so ein Fertig-PC gekauft habe. In einem Laden, wo niemand Plan hat. Ja. Das sagen wir jetzt nicht? Doch. Beim Mediamarkt haben die Leute keinen Plan. Das sagen wir jetzt so. Ja, gut. Musst du auch mal tellen the truth, Allah. Einmal raushauen. Ich meine, du bist dumm. Das wissen jetzt alle. Was soll der Hass? Hast du gerade selber gesagt? Ich habe nicht gesagt, dass ich dumm bin. Du bist schuld. Ich habe was Dummes getan. Das habe ich gesagt, Allah. Ja, dadurch bist du ja dumm. Nee. Doch. Mann, oh. Lecker. Ehre, Ehre. Im Grunde genommen? Im Grunde genommen. Ja, ich sehe das ähnlich. Ja, die Sache ist halt komplett doof gelaufen. Bin ich ehrlich. Aber, witzigerweise, ich habe das ja dann getweetet mit dem Video. Und dann hat sich der Hersteller geoutet. Als Hersteller. Ich habe den nicht einmal genannt. Du hast keinen Namecalling gemacht. Ich habe keinen Namecalling gemacht. Ich bin in der Werkbank, dein Glas. Und dann schreibt HP drunter, yo, sorry, Allah. Was ist denn HP? HP Omen, Allah. Hä, was können die denn dafür? Ja, ja. Aber die haben jetzt nämlich gesagt, das ist jetzt so ein kleines Mini-Update. Die haben jetzt gesagt, ich soll jetzt einfach alles mit denen direkt klären. Da bin ich mal gespannt. Hä, das geht doch gar nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber die wissen auch, dass ich den da von dem Laden habe. Naja, du bist jetzt privilegiert. Du bist jetzt YouTuber. Ja, YouTuber-Probleme. Dann Mutter knall ich weg. Ehre, Ehre, Ehre. Haben wir genug Pfeile, Allah? Ich habe 54 Dinger besorgt. Schön ist das. Richtig guter, richtig gutes Niveau. Gutes Kok, äh, guter Kok, äh, guter Kok, Allah. Guter, äh, guter Kok. Richtig guter, richtig guter Kok, Allah. Bist halt 20 Mal schneller. Aber ich habe mehr Ausdauer. Das stimmt. Bin durchgeflogen. Echt? Ja. Na, ein bisschen leh. Ich habe einmal gesehen, dass du unten warst. Hey, hey, hey. Ja, lügst du mich da an, oder was? Man kann ja wohl mal ein bisschen flunkern. Das ist doch nicht gleich Lügen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Flunkern und Lügen? Ja, Lügen ist so richtig, wenn ich deine Freundin bummst, aber ich sage es dir nicht. Das ist verheimlichen. Und wenn du mich dann fragst, hey, bummst du meine Freundin? Ich sage, nee, das ist Lügen. Das ist Lügen, ja. So, aber wenn die Mutti fragt, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und du bist gerade übel entdeckt zu Stronghold Kingdoms. Und du sagst, ja, ja, Mami, das ist Flunkern. So. Also das sind jetzt aber... Kontext. ...thematisch ganz andere Schwerpunkte. Nee, ja, ja, aber es waren ja Beispiele. Für einen generellen Kontext, den ich dir mal so auslegen wollte. Alter. Scheiße. Alter, was ist hier denn los? Du machst eine Keilerei. Oh, der hat mich runtergepuckt. Schläge. Alter. Schläge muss es geben. Die haben wir weggeschmacht. Ey, Genie! Ich mach die alle. Ich boxte mich. Fick die. Du hast oben schon ohne, ne? Ich boxte mich. Pass auf. Ja, ich hab ihn geboxt. Weißt du, und er hier, Hempel zieht jetzt ab. Auf den sind die eigentlich gegangen. Und er so, ich war's, Doc. Komplett am Bluten, die Sau. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Boah, die Hygiene. Oh, scheiße. Boah, der hab ich Angst. Wo ist denn meine Genie? Ich hab die, ich hab die. Guck mal. Ja, schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Nee, schmeiß sie nicht da runter. Da ist nämlich Genie. Ich muss mal eben runter. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich komm zu dir. Geh wieder hoch. Ehre. So, ich hab die Hygiene fallen lassen. Wie so ein Sack Scheiße. Ehre. Ehre, Ehre. Nicht da wieder abnippeln. Ehre, Ehre, Ehre. Ja, man lernt ja aus seinen Fehlern. Du lernst offensichtlich, Heute mach ich mir ein Glas. Du flamest mich, obwohl ich was tue, was den Progress sichert. Ich belohne dich. Böschchen. Scheiße. Das war ein Müllhaufen. Ehre. Erika. Ja, aber richtig. Du bist nicht der Torsten. Ey, wieso bin ich jetzt ein Torsten? Torsten Becker. Weißt du, was du bist? Du bist so, du, nee. Michael. Du bist so richtiger Dennis. Jo. Hast du recht. Ich bin so ein kleiner Piesacker. Denisse Piesacker, Leute. Dennis sind alle, die Dennis heißen da draußen, ne? Incident Stronger Kingdoms. So. Kennst du nicht Dennis? Die sind klein mit der Zwille immer, der die Leute immer nervt. Wo? Bei was? Hast du nicht geguckt früher. Bei, wie heißt die Serie? Dennis. Aber wenn die jetzt wirklich Dennis heißt, hab ich gewonnen. Kennst du nicht Ash, die Serie? Ash Ketchup, Allah? Der fängt, der schmeißt immer so die Balls. Kennst du Ash? Ich glaub, der heißt wirklich Dennis. So. Alter. Das heißt Dennis. Alter. Das kann man auch leiser sagen. Ja, aber es heißt so. Hier, guck's dir an. Zeig mal ein Bild. Bilder. Da kommt einfach Donald Trump, Allah. Da kommt Dennis, dieser Dennis, dieser Assi, auf Donald Trump drauf, Allah. Das ist eine Ehre. Warte mal, hier Kinderserie. Hier. Das ist dieser Dennis. So. Okay, nicht. Gar nicht. So, hier die Fläche. Hier sind Adler. Adler sollen fliegen. Augen auf jetzt. Wir haben immer noch den Schwierigkeits- Augen auf, ich komme. Hast du gehört? Ja, ist dein Problem, nicht meins. Oh, was bist du so aggressiv? Nee, ist jetzt wirklich mal ehrlich. Ehre. Ehrelich. Das ist echt ärgerlich, Alter. Ärgerlich. Ähr. Ja, eh. Ehre. Ehre, weißt du? Ring. Ehe genommen. Ehe genommen, Alter. Wenn du so eine... Backbahn hast. Es ist so low hier, ey. Aber ist auch geil. Wo fliegst du lang? Wo bist du? Alter, die grüne Ebene. Wo ist grün? Bist du dumm? Bist du dumm? Ja, aber wo bist du? Hab ich die ganze Zeit gefragt. Alter, was soll ich denn darauf antworten? Ja, beim sechsten Baum... Ja, gib mir doch mal Koordinaten! Ich hab kein GIP. GIP... GIP, Allah. Es Allah. GIP, Allah. GIP, Allah. Ich seh dich ja. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh. Oh nein! Wie machst du das? Oh, ich lebe. Wie? Was ist passiert? Ich bleibe, glaube ich, aus dem E gedrückt. Du hättest es jetzt verdient zu sterben. Hier ist ein Biberdammer. Ja, hol da mal was raus. Da ist immer Stuff drin. Da sind immer Perlen drin. Holz. Achso, du bist schon weg. Ich dachte, ein neues Biberdammer hier, klar. Nee, willst du das? Ja, warum denn nicht? Ja, dann machen wir das. Aber ich bin low. Ja, und? Was hat das damit zu tun? Ja, kommt doch die Biber angewackelt. Du weißt das schon. Ja, natürlich weiß ich das. Dann lass uns weiterfliegen. Du Assi, Alter. So? Du sagst auch noch vorher, heute hast du es verdient zu sterben. Ja. Ja, und dann bin ich hier gleich tot und hast du wieder die ganze Scheiße allein an der Backe. Und dann heißt es wieder in den Kommentaren, Kalle, du bist so ein Scheiße, Alter. Und ich sage, Jörg Henno muss ja alles alleine machen. Das ist gut, oder was? Und dann muss ich nachher wieder Solo aufnehmen, weil Kalle krank ist. Simuliert doch. Ja, war eine geile Taktik damals. Die Folge hat so reingebunden. Genial. Also wirklich auch von meiner Seite nochmal ein großes Lob. So, flieg mal hier weiter raus. Du musst dann mal bei mir gucken, was ich mache. Ich muss hier erstmal... Wo bist du schon wieder eben? Ausdauer! Da ist ein Adler. Level 2. Ehre, den Eber. Level 11. Da ist ein. Oh, zu wem. Nervan. Nervan. Hä? Hä? Ich wollte zu dir teleportieren. Jo, ich habe es gemerkt. Hä? Hm? Level 5. Ehre. Ich habe gekackt, der Vogel hat gekackt. Ehre. Ehre. Was ist das hier für ein Kessel? Warum dampft das so? Kessel Buntes. Kessel Buntes war immer, glaube ich, so eine Clubveranstaltung in Braunschwein. Nicht hier, guck mal. Aber was ist denn da? Du, das kann ich dir nicht beantworten. Ah! Ekelige, ekelviecher. Spinne? Jo. Ah, ich habe eine Rüche. Oh! Boah, Yonikl. Geht mit dem Spino. Der kommt doch nicht rein, oder? Da ist ein Drache. Jo. Zwei Drachen. Hau ab. Oh, der hat mich entdeckt, Alter. Der ist schneller als du. Du bist gefangen. Alter. Das war's. Der macht dich jetzt richtig... Du musst auf andere Dinos zufliegen und hoffen, dass er die anbreitet. Das war's. Das ist jetzt auch bald keine Ausdauer mehr. Der zieht durch. Der ist ja richtig fickerig. Oh, der hat aufgehört. Oh. Das ist ein richtiger Drachen. Jo. Der sah auch so aus. Aber der war ein bisschen zerfickt. Also der Plan war ja auch, selbst wenn wir einen Lone finden, befruchten wir den einfach mit Falco. Weibmännlich. Befruchten wir den einfach mit Falco und kriegen... Weiblich 130. Da vorne fliegt er hoch. Knall ich ab. Hey, Bruder. Ja, gut. So, jetzt ab in die Höhle mit dir. Du mit dem Adler, Rucke, ne? Was hieß denn, den Adler? Ehre. Jo, hab ich. Okay. Ich lasse mal tanken. Geh du einfach nur auf Range. Nicht, dass der auf dich switcht. Ist der weiter hier den Falco? Oh, da siehst du. Ehre. So easy. Das sind die Advanced Tactics. Verstehst du, wie ich meine? Du hältst genug aus, ja? Ja. Weil ich lock den mal in die Ecke, wo ich war. Weil da kann er nicht so geil escapen, weißt du? Geil, ich kann mitmachen. Das ist jetzt, haut er ab. Genau wie Falco. Alter, das ist ja GG. Geil, wir sind so krass. Reicht, 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 reicht. Ehrenbasis, Bruder. When you try your best... When you don't succeed. Das ist mit einem Hunger in der Area, Alter. I don't know why. Ja, lass du hier direkt... Reicht, Bruder, ja. Ja, das ist schon hier angewiesen. Wie heißt der, Assi? Axel Stein. Nee, Axel Voss. Nee, wie heißt der? Atze Schröder, Alter. Hoppst du ja erst mal erzählen, ne? Ja, ja. 50 Prozent. Ja, und sonst? Oh, den sind wir jetzt hier gleich durch schon mit der Nummer, wa? Ja, ich guck mal, was da raus ist. Ist da so Apfel? Oh, Käse. Oh, Angriffe. Kalle! Der Agentavis ist da. Genie. Genie. Zwei. Ja, 350.000 Prozent Schaden hier. Das ist gut, ist okay. Ja? Ja, ja. Ja. Geil. Ehre. Können wir euch sagen. Jetzt haben wir den zweiten Agentavis am Start. Gucken wir mal, was wir nächste Woche machen. Ihr könnt ja gerne auch ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wobei, nächste Woche natürlich immer so ein weitläufiger Begriff ist. Ihr versteht schon ab. Beim nächsten Mal dann. Und ja. Ja. Ehre. Ehre. Ehre.